Ich glaub du musst lauter drehen, andersrum. Eieiei, okay. War gut. War hier sonst noch was? Ja, guck mal hier, der Knopf. Da haben wir eine Runde Schmach gespielt, schön. Ja, auch. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das jemals spiele. Ich auch nicht. Schon gar nicht mit dir. Oh Gott. Ist das ein Kabel oder so? Oh, schon wieder ein Spiel. Oh. Oh, ist das hier. Reise nach Jerusalem. Ja, aber wie setzt ich mich denn hin? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Oh. Sorry. Ich wollte nur gucken, was passiert, wenn ich drücke. Was hast du denn gedrückt? Einfach A. Okay. Ich hätte Y drücken müssen. Ja, ich auch. Hab ich auch grad gesehen. Aber wieso kann man denn A drücken? Das ist ja echt merkwürdig. Vielleicht zur Tarnung. Einfach. Ja. Oh. Oh. Ähm. Also B funktioniert auch. Ich glaub, du musst nochmal drücken, was angezeigt wird. Das wird wechseln. Ah, okay. Das kann sein. Okay. Ja, das machen wir nochmal. Das war nix. Hm? Kuchen. Ich zerplatze mal schon vorher. Ja. Wunderbare Musik. Richtig schön. Tschüss, Lou. Tschüss, Lou. Tschüss, Lou. Tschüss, Lou. Tschüss. Gee. Tschüss, Lou. Tschüss. Das ist ganz merkwürdig hier. Klingt ein bisschen wie ein T-Rex. Ja. Aber ihr habt ganz oft dieselben Bücher also. Ja das stimmt. Die Fortsetzung der Fortsetzung. Von der Fortsetzung die Fortsetzung. Oh. Wie schön. Stairway to heaven. Ich hätte lieber den Highway to hell, aber na gut. Ihr macht den Notenhimmel. Oh yeah, das lass ich mir nicht zu einmal sagen. All this stuff brings back some good memories. I bet. Hey, is that your old piano? Yeah. Let's see if it's still in tune. Ui. Hihi. Oh, das sind Gläser. Oh. Okay, rein springen darf man nicht. Hi. Oh. Oh. Das ist cool. Ja. Oh, wups. Ich bin ein Wein ertrunken. Ich bin ein Wein ertrunken. Oh. Hi. Voll gut. Oh, was ist hier? Oh. Wie cool. Das machst du schön. Ja, oder? Ja. Aua. Ich, ach. Kerze, heiß, nicht? Der Schellmenschanz. Oh. 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 Sogar das schwarzen Toski funktioniert. Hup! Ähm. Es sind Musiker. Oh. 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 Hübsche Katzen. Die sind große. Hm. Was ist das hier? Oh. Okay, okay. Oh Gott, oh, kind of. Oh, Vatma. Ah! Danke! Oh! Hoch! Da darf man also nicht rein! Auch schade! Ah! 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 Oh! 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 Ah! 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 Das kann sein, ja! Warte! Sehr cool! Links? Nicht schlecht hier! Ich kann nichts machen! Hui! Okay! In den anderen auch! Ah! Ah! Okay, okay! Und rüber! Ah! 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 Das ist ein Geräusch! Ja! Ah! Wir hatten beide auf jede Seite gemusst. Ich hatte vor allen Dingen den anderen noch angeguckt und trotzdem ist sie mit bei dir hoch. Ich bin halt anziehend. Ja, wie ein Magnet. Ah! Fluffy clouds, rays of light, organs. Ich denke, wir müssen in heaven sein. Es gibt sogar eine Orchestra. Ja, aber wo ist die Orchestra? Da-da-da-da. Ich muss mich zurückfinden. Mal haben sie helaas. Ich gehe mal jetzt auf den Weg. Nein, 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 mein. Du musst den Orchestra an deinen Konzer. Aber sie haben sich verraten. Schau, nach da. Schau, schau, scha. Schau. Die Psychologen? In heaven? Ja, totalster. Ich bin jetzt da. Oh, jetpacks! So runter. Oh wow, war das jetzt echt Pringles-Werbung? Nein. Aber doch. Wir besitzen hier keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Das ist nicht erlaubt. Ui! Ich glaube, das war's, oder? Nein, das sehe ich noch. Wo denn? Hier. Ach, oh. Jetzt haben wir alle. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ja. Ich glaube, das war's. 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 Ich bin da her. Ich bin da abgeschlossen. Okay. Da ist er da. Dich, ich bin da. Ich bin da. Ah, ich muss so schnell einen Schub trinken. Oh, das ist gut. Oh, was ist denn hier? Guck mal. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich soll es haben. Es ist so flauschig, ich soll es haben. Oh! Großer Flauschbällchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, ob hier noch irgendwas ist, was man so entdecken könnte? Ja, hier. Ich hab Angst. Oh! Oh! Oh no. Oh shit! Oh. Oh no! Oh ho! Das war heiß. Das ist alles eher nicht so nett, oder? Nee, irgendwie nicht. Krich. Ah. Jetzt geht alles wieder vor vorne los. Oh, das sind die Flauschbälle. Ich will nochmal dahin. Oh, die sind so süß. Oh, sind die süß. Guck sie dir an. Oh. Don't fight the thoughts. Allow them. Observe them. Observe the observer. You know, this reminds me of that time that we ate those. Not now, Cody. I'm trying to concentrate. Sorry. Die träume. Oh. Das war. Oh. 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 Das ist ja noch was cooles. Ich liebe das hier. Oh, hier! Ach ne, da waren wir grad drin. Ich glaub, da müssen wir jetzt hier zu dem nächsten Tor. Ist das hier noch? Oh, okay. Oh, falsche Richtung. Oh, Flauschball. Flauschball! Trine! Ich hab nix gemacht. Trine! Ich hab gar nix gemacht. Überhaupt gar nix hab ich gemacht. Immer noch falsche Richtung. Okay, ich bin ganz verwirrt. Wir sollten... Ich sollte dieses Ding wieder abgeben. Oh. Bin ich der Dirigent? Nein. Aber hier muss man doch was machen können. Da kommt nachher das Orchester hin, wenn wir fertig sind. Die eine Hälfte ist ja schon da. Ach so, da fehlt noch die andere Hälfte. Immer noch die falsche Richtung, Trine. Hä, wo müssen wir denn... Oh, ich bin ganz verwirrt. Oh! 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 Ich hab gar nichts gemacht... Oh! Oh, wait! Look! Ha! Schon wieder... Das nimm ich mal ne Ansage. Jetzt darf ich! Und du musst suchen. Du musst, glaube ich, da unten rein. Ich kann da gar nicht rein! Hier ist der Boden! Hä? Ja, guck mal! Kann ich hier laufen! Kannst du die sieben, wenn du die anschreist? Irgendwo müssen sie sie ja versteckt haben. Ah, die bewegen sich mit der Zeit. Okay. Nee. Oder du hast die doch verschoben. Na, du kannst die verschieben. Hast du gesehen? Ah, jetzt ja! Ich schieb die einfach alle mal ein bisschen durchgelegen, ja? Ja, nicht. Ich schieb die einfach mal ein bisschen ab! Ich schieb die einfach mal ein bisschen ab! Da ist der erste Schlüssel, glaube ich. Ah! Oder? Ja. Ich kann ihn aber noch nicht nehmen. Ich kann ihn aber noch nicht nehmen. Hält mir, was ist das denn da? Ja. Der Klappe. Hm. Oh! Aha! Ah! 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 Jetzt ist er verschwunden. Wo ist er denn hin? Nur ein Schlüssel ist da! Ach, sehr cool! Dann müssen wir ja die nächste Klappe finden! Die ist bestimmt hier. Ich schieb mal die Wolfe weiter nach da. Ja, ich seh schon. Das war ein bisschen zu weit, glaube ich, oder? Ja, das war zu weit. Oh, ja. Noch ein Stück? Fallt sie noch? Ja. Wo ist sie denn? Ist sie da? Das Wolke! Boah, irgendwie tut die mir ein bisschen leid. Ah, jetzt. Sehr nice. Ja. 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 Oh, wir sind beide die Dirigenten. Oh, wie toll. Oh, das mag ich. Ja. 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 Oh, ja. Das ist die Audience! Oh nein, 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 nein. Nicht eine Audience. Hihya! Do you want the last letter piece or not? Hey, das ist Blackmail. Nein, das ist Therapy. Jetzt geh und eine Audience! Du hast es, Book. So, sind wir ein Team jetzt? Ja, wir sind, als ob es. Jetzt gehen wir die Audience.